ein ganz herzlich willkommen zu diesem neuen video und damit dem zweiten vlog sozusagen von dieser woche werden mich jetzt dienstag und es ist jetzt 8 uhr 39 ich muss mich jetzt auf jeden fall mega beeilen ich habe total getrödelt heute also ich bin jetzt gerade mit der arbeit fertig wir haben jetzt 14 uhr wir hätten eigentlich schon um 13 uhr durch sein müssen irgendein tag in dieser woche ist immer komplett voll und du kommst nie pünktlich raus und das ist einfach mega chaotisch und das war heute einer dieser tage ich glaube wirklich auch dass der donnerstag auch einer dieser tage wird weil wir haben auch so viel am donnerstag an op-tagen und so ja ich bin echt mal gespannt also ich wollte euch mal zeigen was mein pferd so zu essen bekommen weil ich mache nämlich gerade das futter für sie fertig die steht da hinten schon an der box und guckt richtig süß die bekommt zwei so große schippen hafer das ist aber gequetschte hafer das kann man so ganz gut erkennen weil viele ja immer sagen hafer ist energiereich und sowas und macht die pferde total bekloppt was jetzt auch nicht schlimm ist bei ihr weil die ist allgemein sehr träge und so dass sie mal ein bisschen wacher wird gequetschte hafer ist richtig gut für den magen der ja macht so eine richtig schöne schleimschicht um den magen rum und ich habe so ein bisschen das gefühl dass die magen probleme hat und ich finde damit kommt ihr eigentlich echt ganz gut klar aber jetzt können noch ein paar zusätze rein die zeige ich euch jetzt einmal also ja das sieht ein bisschen unordentlich aus dahinten weil der gabelstapler hier steht kommt hier leber und nieren saft weil ich habe ja mal gut bei der gezogen und die leberwerte waren extrem erhöht deswegen gebe ich das einfach zusätzlich was nicht schaden kann davon kriegt sie so ungefähr 60 milliliter dann bekommt sie noch zusätzlich mineral briggs die hatte mal von einer richtig teuren marke hat die man mit einer reife bekommen das hat so richtig krass magi gebrochen die bekommt noch ein so ein kleines häufchen msm weil die ja arthrose hat so ein bisschen ja das war's genau zuhle ich sie mal so die kröte kann jetzt erst mal ein bisschen fressen eigentlich wollte lena auch hier nach vorne kommen mit daily aber der kein bock ich wollte eigentlich die drohne ein bisschen fliegen lassen muss gleich mal gucken ob ich das überhaupt hinbekommen mit fährt so ich habe die kröte da jetzt einfach so stehen gelassen und den strick da jetzt einfach in ihrem hals dran gebunden ich muss jetzt mal gucken wenn die drohne jetzt losfliegt dass sie sich jetzt nicht erschrickt oder so so und während tani jetzt hier frisst mache ich jetzt das paddock sauber begeisterung das übrigens die blue ist nämlich auch schwanger also die daily die von der lena die gestern gesehen haben in dem video dies ja auch schwanger und die blue auch du kriegst in zwei wochen ein baby ne ja kleine maus ja da laufen die zwei kleine fohlen rum das wird so schön so Also die Qualität ist gerade mega, mega schlecht, weil ich nämlich gerade mit dem Handy filme und zwar mein Chef musste nämlich jetzt gerade zum Notfall. Wir machen ja sowohl Kleintiere als auch Großtiere, das heißt auch Pferde und so. Okay, ich dachte, ich müsste jetzt hier rückwärts fahren, aber die haben wir jetzt doch durchgelassen. Okay, nee genau und jetzt mussten wir halt zum Notfall fahren und da sind wir gerade, also bei einem Kolika sind wir gerade. Da werde ich jetzt aber nichts filmen, weil wie gesagt, ich darf ja da nichts filmen. Ich saß jetzt gerade schon im Auto, weil ich das Auto umparken musste jetzt irgendwie doch nicht mehr, weil die haben mich jetzt gerade durchgelassen. Genau, nur dass ihr besorgt wirst. So, ich habe jetzt endlich Feierabend. Ich bin wieder nicht pünktlich rausgekommen. Jetzt darf ich nur noch hier bei meiner Freundin ins Auto reinfahren, das wäre jetzt eher suboptimal. Und ich war mit meinem Chef ins Auto rein. Hi. Jetzt nach Hause und dann muss ich nach was für die Schule machen. Ich wollte jetzt noch ein Thema zu Ende machen. Ich glaube, das dauert nicht so lange, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich das gestern nämlich auch gesagt habe. Und im Endeffekt saß ich dann da zwei Stunden lang, wo ich dachte, das dauert vielleicht eine Stunde oder so. Dann werde ich nämlich meinen Block schneiden, den von gestern, weil ich bin nämlich nicht dazu gekommen gestern, weil mein kompletter Laptop voll war. Und ich musste das erst mal leer machen. Und das hat halt echt extrem lange gedauert. Und ich bin noch nicht mehr zu meinem Vater gefahren, weil das war dann schon 23 Uhr und alles. Hätte halt gar keinen Sinn gemacht. Deswegen, na. Aber ich habe voll Hunger irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, Georgi, komm mal her. Ich habe jetzt gerade den Vlog ein bisschen weiter geschnitten. Also ich habe jetzt gerade gelernt und genau, wie gesagt, den Vlog schon mal gut geschnitten. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade bei Minute sechs oder so. Ich habe mir jetzt gerade eine Wärmflasche gemacht, weil ich wieder Rückenschmerzen habe. Und ich hoffe, dass es jetzt mit einer Wärmflasche ein bisschen besser wird. Ich bin auch heute allein zu Hause, weil meine Mami nämlich gerade bei einem Freund ist. Und meine Schwester ist bei ihrem Freund. Deswegen sind die Hunde auch so ein bisschen unruhig, weil die die ganze Zeit hoffen, dass meine Mama halt wiederkommt. Aber ich werde jetzt auch ins Bett gehen, wenn es 23 Uhr ist und ich muss morgen früh aufstehen. Morgen ist nämlich Schule. Aber ich werde jetzt auch einfach diesen Vlog hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Siehst du auch noch Tschö, Georgi? Willst du auch noch Tschö sagen? Tschö, Georgi. Tschö, Georgi. Tschö, Georgi. Tschö, Georgi.